So Leute, ihr seht schon, gerade habe ich meine Belohnung bekommen, nämlich die Piranhas. Eigentlich haben sie ja gesagt, das soll bis zu drei Wochen dauern, aber wie ihr seht, das hat noch nicht mal 24 Stunden gedauert, beziehungsweise jetzt sind gerade die 24 Stunden rum. Also wie gesagt, ihr wisst ja, wie ihr das Ganze machen müsst. Ihr müsst einfach diesen neuen Modus spielen mit dem Code, den ich gestern schon im Video hochgeladen habe. Ist eine ganz einfache Geschichte und in dem Sinne, denkt dran, geht einfach 35 Minuten auf diesen, ähm, nicht Team Deadmatch, lol, ähm, nicht Deadrun, doch, Deadrun. Deadrun rein, 35, also ich sag mal so 35, 40 Minuten und dann werdet ihr die Belohnung aufbekommen. Gerade vollkommen lost, weil ich nämlich eigentlich gerade was komplett anderes aufnehmen wollte, aber das werdet ihr gleich sehen im nächsten Video. Und ihr seht ja, herzlichen Glückwunsch, alles erhalten und in dem Sinne ein kurzes Infovideo. Wenn ihr halt gerade nicht am PC seid oder an eurer Konsole, loggt euch halt wirklich einfach schnell ein, damit ihr den Kram bekommt, weil nicht, dass es irgendwann verfällt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Level und haut rein.